Verzeihung, aber den Mäusen macht es großen Spaß, mir beim Nähen deiner Kleidung zu helfen. Könntest du etwas zu essen für sie finden, während wir weiter arbeiten? Ich wäre dir sehr dankbar. Auf Wiedersehen. Vergiss Jacques und Carly nicht. Sie sind zwar klein, haben aber großen Appetit. Schnell, deine Kamera, mach ein Foto. Zack für ein Souvenir. Ah, ich könnte Geschichten erzählen. Hallo, meine Babywünsche. Der Buchmacher ist verrückt nach Autogramm. Nein, nein, meine Babywünsche. Nicht anhalten. Ah, dieser Staf. Ist also nicht nur ein Staf. Ich bin der Chef, mein Babywünsche. Ich bin der Chef, meine Babywünsche. Ich bin der Chef, mein Babywünsche. So, mach dir einen Bord. Oh die Schmerzen. Nicht anhalten. Die Mäuse freuen sich sehr über das Popcorn. Und die Vögel mögen es auch. Meine Güte, fast hätte ich es vergessen. Dein Kleid ist bald fertig. Wiedersehen. Wie hübsche Kleidung. Sie kosten zumindest ein. Oh, ist das weiche Kamin. Es ist Käse. Hierher. Helvet, ich meine, ich danke dir noch einmal sehr, dass du Bales Buch repariert hast. Ich wollte nicht wütend werden, aber ich habe beim Üben eines neuen Walzers die Beherrschung verloren. Bell soll mich nicht für einen Dummkopf halten. Kannst du mir helfen, die Schritte zu lernen? Ich tanze nicht oft. Hoffentlich mache ich alles richtig. Ich kann es endlich. Danke. Jetzt bereitet mir das Tanzen mit Bell heute Abend kein Kopfzerbrechen mehr. Ich habe versucht, ein besonderes Buch für Bell herzustellen. Aber ein Windstoß hat die Seiten überall verstreut. Könntest du sie mir zurückbringen, wenn du sie siehst? Auf Wiedersehen. Aber denk dran, die fehlenden Seiten zu suchen. Das würde mir sehr helfen. Ich könnte bellen, was es dir sein kann. Eine unbeobachtete Kamin kocht niemals. Dein Kleid ist fertig. Wir hoffen, es gefällt dir. Probiere es doch an und posiere in einer königlichen Haltung. Ein Tanz. Es ist mir ein Vergnügen. Stellst du dich so hin wie ich? Du bist sehr begabt. Hier, stell dich so hin wie ich. Wie großartig. Du bist wunderbar. Danke vielmals für deine Hilfe. Ich hoffe, der Ball gefällt dir. Meine gläsernen Schuhe. Wir haben so hart gearbeitet, dass ich sie fast vergessen hätte. Hilfst du mir bitte, sie zu finden? Oh, ich habe meine Tanzschuhe vergessen. Sag mir bitte Bescheid, wenn du sie siehst. Ich frage mich, ob Bruno heute Morgen im Traum Katzenjagd. Oh, natürlich sehe ich gut aus. Aber ich habe noch viel mehr zu tun. Ich frage mich, wenn du siehst. Hast du dir ein Fernlas gewünscht? Aladdin hat eins für dich! Bis bald, hoffe ich! Haha, das ist irre! Ich bin sorry, Sweet. Du gehst bei dir. Und die Fauna ist so ein Schatz. Der Vater hat etwas für dich. Du musst ihm eine große Hilfe gewesen sein. Verzeihung, meine Tanzschuhe! Danke! Jetzt brauchen wir nur noch unsere Einladungen. Einen schönen Tag! Stufe 10? Was für ein Gehempel! Hat er niemals Zeit für eine Drehpause! Wie schön dich zu sehen, gibt Acht! Du! Herr Hohe! Vielen Dank! Die Buchseiten sind wieder alle geordnet. Aber es ist noch nicht ganz fertig, oder? Da fehlt noch was! Der letzte Schliff! Oh, ich weiß, was schön wäre! Eine Kristallrose für den Buchdeckel! Ich könnte eine aus roten Kristallen herstellen! Würdest du mir helfen, welche zu finden? Auf Wiedersehen! Ich hoffe, du begegnest noch ein paar Kristallen! Wäre nur Madame Protein hier! Etwas Tee würde mich beholen! Ich bin zu spät, zu spät, zu spät! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Mäßchen Sie doch nicht! Wäre schön nicht so nett! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Ho-ho-ho, du hast mich erschreckt! Ist das Magie? Weißt du was? Elissa, eine richtig schöne Schrift. Die Schrift, die Schrift, die Schrift. Verzeihung. Geschafft. Danke. Oh, komm später wieder, nachdem ich Belle ihr Geschenk überreicht habe. Ich mag keine Abschiede. Belle ist so schön und klug und witzig. Und sie hat keine Angst vor mir. Ich weiß nicht, ob ich jemals so aufgeregt bin. Hast du Lust auf etwas Spaß mit dem alten Stockfischhook? Ich habe da ein Schwert gefunden, das in einem Stein steckt. Da drüben! Geh hin und versuch es herauszuziehen. Besorgst du dir jetzt das Schwert? Hey, hier gibt's eine Menge interessanter Dinge zu sehen. Das ist wirklich ein schöner Ort. Hey, du hast es geschafft! Das ist ein tolles Schwert! Okay, warum machst du nicht meine Bewegungen nach? Um sicher zu sein, dass du mit dem Schwert umgehen kannst, bevor du Hook begegnest. Lass es uns ausprobieren! Ich bin begeistert! Dieses Schwert sollte dir einen Vorteil verschaffen gegenüber dem Nichtsnutz-Hook. Überraschen wir den alten Captain Hook! Zeit ihm einen weiteren Besuch auf der Jolly Roger abzustatten! Komm zurück, wenn du weiterspielen willst! Bist du ein verwunschenes Kind? Und das ist ein verwunschenes Kind? Und dieses Sandspahan Frances Queen Jason Sandbast attitzt! Oh! Ja! Schmied des Haareten distractet! Diesmal hab ich dich. Halt! Du bist nicht Peter Pan. Ja, vorwärts. Hol ihn dir. Und dann. Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Oh weh! Fast wäre ich gestürzt. Hör auf, mich zu treffen. Ich muss dich treffen. Ist der Marz, was du drauf hast? Das wirst du mir büßen. Zucknitter mir den Mantel nicht. Ja! Ja! Hey, das tut mir! Oh weh, fast wäre ich gestürzt. Ist das alles, was du drauf hast? Ah, du wachst es! Das wirst du mir büchsen. Ich halbiere dich der Länge nach. Ich habe Höhenangst. Das hat jetzt aber wehgetan. Okay, fast wäre ich gestürzt. Ist das alles, was du drauf hast? Oh! Au! Hör auf damit! Ahh! Ha 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 ha! Oh! Da schluss... Ganz schön, was du. Oh! Ah! Du warst toll! Und sieh nur, was ich hier habe. Ich habe dem alten Stockfisch, dem Hut vom Kopf stibitzt. Ich wette, er ist Fuchsteufelswild. Hey, wie wär's, wenn wir Captain Hook einen Streich spielen? Schau mal, ob du mir diese Sachen besorgen kannst. Dann werden wir bestimmt viel Spaß haben. Versprich mir, dass du weitersuchst. Ich behalte dich ganz besonders im Auge. Gute Reise. Nicht wirklich. Du musst ein Foto mit Mickey machen. Hallo, Lust auf ein Abenteuer? Ja? Oh. Tu Lass uns. Chö. beats. Beall da. Buh! Heel. Beall da. Können wir diesen Versuchung uns an? Buh, hör da. Und der Buh, hör da. Okay. Beall da. Buh, hör da. Buh! Buh, hör da. Buh! Buh, hör. Buh. Buh. Buh, hör da. Buh, hör da. Da oben. Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Schnell, deine Kamera. Mach ein Foto. Zack, für ein Souvenir. Schnell, deine Kamera. Wie schön, dich wiederzusehen. Da du gerne fotografierst, sieh dir unsere Fotoalben an. Du hast sehr guten Geschmack. Schnell, deine Kamera. Das war's für heute. Wow! Wow! Wo-wo-wo-wo-wo-wo! Don't move it, that's her head. This is my best. I'll save you a place in the line. Die Briefe sind lebendig geworden. Ich hoffe, dein Besuch gefällt dir. Ich sage nacktes Ding. Du hast alles gefunden. Mit dem Zeug können Naseweiß und ich einen neuen Hut für Hook machen. Einen, an dem alle erkennen, wie mutig er ist. Tschüss. Fürs Erste. Warte bloß, bis Naseweiß davon ist. Warte bloß, bis Naseweiß davon ist. Hier, bitteschön. Alles repariert. Würdest du sie bitte dem weißen Kaninchen bringen? Ich will mir gar nicht ausmalen, wie verzweifelt es ohne sie war. Auf Wiedersehen. Du, oh, meine geliebte Uhr. Ich danke dir. Wo ist nur die Zeit geblieben? Oh, seht. Oh, seht. Ich komme viel zu spät. Richtig. Keine Zeit. Keine Zeit. Tschüss. Entschuldigung. Mein Magen macht manchmal, was er will. Da oben. Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Pixie Hollow? Komm, da gehen wir hin. Hier entlang, bitte. Hallo, junger Mann. Ich bin Schneewittchen. Wie geht es dir? Kannst du mir helfen? Ich möchte für die Zwerge einen Kuchen backen. Weißt du, was ihr Lieblingskuchen ist? Stachelbeerkuchen. Würdest du ein paar Stachelbeeren für mich suchen? Bis bald. Und denk an die Stachelbeeren. Oh, was war denn das? Hast du mir ein Fernblas gewünscht? Aladin hat eins für dich. Okay. Wie zauberhaft. Komm, wir müssen gehen. Ja! 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 Sunbeeren. Das war's. Bis bald. Ich glaube, ich liebe es. Ich bin so glad. Ich bin so glad. Ja! Ja! Oh, ich traue meinen Augen auf. Warum bloß münchlicht das weiße Kaninchen immer Marianne? Oh, hallo. Oh, vielen Dank. Ich fange gleich mit dem Kuchen an. Du bist sehr gut. Oh, wie stark du bist. Mein Autogramm? Süß. Ich hoffe, das ist gut so. Macht Tanzen nicht Spaß? Nee, boi. Heute wäre selbst Brombeer glücklich. Ich denke, ich werde einen Kuchen an. Oh, so schnell. Aber wir brauchen einen Kuchen an. Ich habe nur ein Wort für den Platz. Ich möchte wirklich die Kuchen an. Ja. Schau. Schnüppbittchen, du musst ein Foto von der Schönsten im ganzen Land machen. Danke für die leckeren Stachelbeeren. Brombeer hat gesagt, dass das der beste Kuchen war, den er je gegessen hat. Die Zwerge haben mich gebeten, noch einen Stachelbeerkuchen zu backen. Aber ich habe keine Beeren mehr. Hilfst du mir, welche zu suchen? Bis dann! Und denk an die Stachelbeeren! Huuhu, Stufe 11! Huuhu, Stufe 11! Guterei! Warte bloß, bis Nasemeister von der... Hallo, du da! Ja, genau du! Ich traue meinen Augen auf! Hänsel und Gretel verliefern sich im Wald. Sie brüten sich ein Tässchen Tee. Da war... Sie ist nicht mehr kalt! Ha, du da! Ja, du! Es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Etwas wirklich Verdrehtes. Eine echte Tragödie. Warum in aller Welt trägst du nicht den richtigen Hut? Lauf los und finde den richtigen Hut! Husch, husch! Tschüss! Ich ziehe meinen Hut. Was haben ein Rabe und ein Schreibtisch gemeinsam? Das ist ein Rätsel! Das ist ein Rätsel! Ich glaube, das war jetzt! Komm, komm! Warte! 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 Sie bewegt sich! Sie doch! Frage mich! Warte! 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 Huuhu, du bist einer unserer besten Kunden! Wir haben eine große Auswahl an Oberteilen! Du findest bestimmt ein schönes! Oh, eine gute Entscheidung! Hänsel und Gretel verliefern sich im... Was für einen tollen Hut du hast! Er sieht ganz bezaubernd aus! Der verdient wirklich die königliche Zustimmung! Ab zur Königin mit dir! Keine Sekunde zu früh! Auf Wiedersehen! Hey, da oben! Dafür brauchen wir unseren Zauberstab! Los, schnell! Zeig! Hütchen! Das ist ein Hut, mit dem man eine Königin ansprechen kann! Du darfst mir danken mit einem Ja! Ja, euer Majestät! Aber nicht jetzt! Wer hat meinen Garten ruiniert? Ich hatte befohlen, rote Rosen zu pflanzen! Und nicht eine von ihnen ist rot! Denk dir besser schnell was aus! Bevor ich die Geduld verliere! Rot! Die Rosen sollen rot sein! Alle! Dafür wird jemand seinen Kopf verlieren! Das ist ein Haft! Das ist ein Haft! Der war ja auch ein Haft! Vielen Dank.